Speck mit Eiern, Fisch mit Tacos oder Shamsuppe. Willkommen zurück zu Seven Days with Today. Hallo. Fischchen. Ich nehme dann einmal die Zombies mit Zombiehirn und Fischbeinen und Kreten. Hält, glaube ich, unter Wildbret eintopfen. Achso. Denk dran, Essen mitzunehmen. Ja, ich räume gerade mein Haar auf. Ich male noch ein bisschen hier. Ich male noch. Ja, das ist in Ordnung. Muss ich jetzt schon rüber? Weiß drauf, lass die Zombies kommen. Ich male erstmal eine Runde. Also, Melle, du musst hier schon mal gar nichts. Sonst bin ich immer die Erste, aber... Mann, jetzt habe ich gerade mal zwei Türme geschafft. Das stimmt, sonst bist du immer die Erste. Also gut, dann gehen wir mal ausräumen. Also, das zwingt dich niemand, okay? Okay, das zwingt dich niemand. Nee, ich will aber auch nicht. Halt. Da ist doch nicht mehr meine Kiste. Hier muss ich doch rein. Packt euch auf jeden Fall die Reparatur-Kits ein. Ja, auf jeden Fall. Vier hätte ich noch. Ja, 25 sind drin. Ich glaube, in dem Bollwerk habe ich auch noch ein bisschen. Ich habe dann auch noch für jeden so ein Lern-Elixier. Melle, deins liegt neben dir. Dankeschön. Immer erst schlucken, wenn es losgeht. Also, sobald die Zombies da sind. Nicht vorher. Okay. Genau. Hier, halt, halt, halt. Strider. Ja, ja. Lern-Elixier. Was bringt das nochmal? 20 Prozent mehr Erfahrungspunkte. Ah. Ah, hält. Das heißt, wir kriegen... Oh, vier Minuten, okay. Ja, hält nicht ewig, deswegen... Kann man auch leider nicht selber herstellen, ne? Doch, doch. Aber mehr haben wir nicht. Ach so. Dazu brauchen wir Hundefutter. Ohne Hundefutter kriegt man das nicht. Ah, und das kannst du natürlich nicht. Hundefutter kannst du selber. Wir haben ja mehr neu, dass ich Hundefutter neu herstellen könnte. Aber dann gucken wir mal. Okay. Okay. Leider nicht. Nee, können wir nicht. Nee, ist nicht mehr drin. Wo hattest du die Nagelpistole hingepackt? Äh, Betonmischer. Hier, Zement hier drin. Hier. Okay, danke. Die brauche ich nämlich ganz dringend und die geht konischt. Dann brauche ich deinen Stahl. Genau. Hey, man kann hier mit den Schildern, kann man hier so ein... Hüpfbechen hüpfen. Ja, manchmal hüpft der doppelt so hoch dann. Siehst du? Ja, bin ich auf dem Schild. Also ich habe jetzt alles an Stahl mal mitgenommen, ne? Ja, nimm mal alles an Stahl ruhig. Ich werde nochmal gucken, dass ich vielleicht ein bisschen Betonmischung nochmal machen kann. Hä? In welchem bist denn du jetzt? Gar keinen mehr. Gott. Ich sehe gerade, die Brücke hat Schaden genommen. Warum das? Äh, schon länger ist mal, ne? Ah, nimmst du die Dinger auch mit? Hm. Ähm, diese Gitter, die Eisenstangen-Gitter. Ja, kann ich mal. Für die Decke. Ja, für die Decke wieder, falls da was kaputt gehen soll, dass du gleich einsetzen kannst. Okay. Und was brauche ich noch? Essen und trinken? Hä? Warte mal, du hast mir doch was hingeschmissen. Ja, dann lerne, Alexia. Wo habe ich das jetzt? So ein Flachmann. Mit einem Cowboy drauf. Habe ich nicht. Dann guckt nochmal in den Zwischengang. Wenn es nicht die Spawned ist, bitte. Da ist nix. Zu spät aufgehoben? Vermutlich. Ach shit, tut mir leid. Das musst du, glaube ich, sofort aufheben. Ja. Aber so langsam. Ach fucking. Dann nimmst du meinen leeren Alexia, weil du bist kleiner als ich. Kleiner als du? Ja, vom Level her. Ach so. Wo bist du denn jetzt gerade? Küche. Es ist drei unter uns. So, dann hier. Oh cool. Funktioniert ja eine Schrotflintenturm inzwischen? Ähm. Schrotflintenturme? Mit dem wir so Probleme hatten. Ach so, ja, den habe ich ja ersetzt schon vor langer, langer Zeit. Aha. Also, was kaputt geht, ersetzt du es, statt zu reparieren. So weit du bist. Wollte ich ja nicht. Wollte ja nicht anders. Der hat ja gezickt. So, warte mal. Sindst du zu Hause? Und so, hier zieht's. Hast du deine Reparatur-Kits geholt? Äh, nö, aber ich hab hier noch. Genug Munition? Ja, hab ich. Geht da so. Aber hier drüben ist ja auch nochmal Munition. Das Teil ist leer. Was ich wohl nicht mehr Wort hab? So, ich hab trinken, ich hab essen. Ich hab Medis. Äh, der Geschütztraum hier in der Mitte, der wird nicht lange mitmachen, ne? Ne, der ist, der ist leer. Können wir aufheben. Verbände habt ihr alles? Ja. Äh, ja, hab ich. Ich bring mal drei Verbandskasten mit und dann verteilen wir uns das auf. Okay. Ja, hier sind auch nochmal drei Verbandskästen, sehe ich gerade. Ja, aber die sind ja als Notfall gedacht. Ich hab einen Kasten und fünf Verbände. Mhm. Sollte passen. So, dann machen wir hier mal die Klappe zu, Affe tot. Ihr seid schon drüben, ne? Ja. Ich bin heute die Letzte, das gibt's nicht. Ja. Ja gut, aber normalerweise springen wir ja in einer halben Stunde nochmal los und holen irgendwas. Ja, dann schaut nochmal, ob ihr wirklich alles habt. Oh, warte mal. Ich hab diesmal ans Lern-Elexier gedacht. Hast du an Benzin gedacht? Hast du genug Benzin? 10.000 hat sie nochmal in der Kiste. Ist ja alles schon rot. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Gegangscht. Kein Benzin. Dadurch, dass wir jetzt alle Autos in der Garage haben, haben wir keinen Fluchtweg mehr, ne? Macht nichts. Wollte ich nur nochmal betonen. Wir haben den noch nie gebaut. Er wollte nochmal ein zweites Auto bauen, aber dann... Ja, da hat irgendwas gefehlt, ich weiß nicht mehr was. Irgendwas hat gefehlt. Und ich hab auch keine Motoren mehr jetzt, also wir müssten schon wieder auf Motorenjagd gehen. Jetzt wir haben keine Motoren mehr? Wir haben keine Motoren mehr. Hab ich nicht gebraucht. Aber ich hab hier eigentlich alles repariert und es ist, glaube ich, wirklich alles aus Metall jetzt, ne? Aus Stahl. Ja. Die einzigen Sachen, die hier noch... Melle wieder in der Mitte? Oder ich links? Ich links. Oh, warte mal. Hab was vergessen. Äh, das ist halber und er rennt los. Du hast... Wie ein Uhrwerk. Ja, ne? Wie ein Uhrwerk. Mir fällt mir gerade ein, Melle hat auch gesagt, ich soll doch mal eine Stahlstange mitnehmen. Und eine Gitter. Ja, da hab ich nämlich grad geguckt. Die sind nämlich hier schon ein bisschen kaputt, ne? Ja, ja. Das ist 21, 35. 36. Ja, das ist gut. 37. Oh, fuck. Aber guck, hier könntest du dich echt mit Pink noch auslassen. Vielleicht gefällt dir die Farbe nicht und dann kommen sie erst gar nicht. Ja, das heißt ein Pink ist nicht schön oder was. Und dann könntest du an der Seite noch vielleicht Ding hinschreiben. Team. Team Pink. Ja, aber dadurch, dass alles Metall ist, sieht halt echt scheiße aus. Da kommt er. So, jetzt sperre ich euch beide aus. Ganz einfach. Warum ist das kaputt gewesen? Ich habe doch alles repariert gehabt. Hihi. Ah, es ist zurückgeschafft. Okay, dann stehe ich rechts. Okay, dann gehe ich jetzt Generator anschmeißen für draußen. Äh, ja. Und nicht den inneren, weil sonst wechsel ich gleich Melanie da. Nee, ich stehe vorne. Okay, das müsste der sein, glaube ich. Ja. Ja. Die vorderen laufen, die hinteren nicht. Super. Warum hast du die Dinge bis heute nicht beschriftet? Frage ich nur noch mal. Weiß ich auch noch nicht. So, jetzt geht's los. Jetzt muss ich schlucken, ne? Nein. Nein, noch nicht. Warte noch kurz. Als wenn die richtig da sind. Ich habe jetzt schon wieder Probleme mit meinen Frames. Es ruckelt wieder dem Dermarkt. Kriege ich da eigentlich auch was, wenn ich nicht die Monster schieße, sondern wenn ich repariere? Vielleicht. Ich glaube, beim Reparieren kriegst du auch was. Du sagst, jetzt. Du kannst ja nebenher töten. Trink ruhig. Trink auch mal. Brennt in der Kehle. Ih, der ist ja eh fällig gewinnig. Ich finde diese Großen eklig. Ja, diese Weißen. Das ist so nackig, ne? Ich habe einen Hänger. Ich habe einen Hänger. Ich habe einen Hänger. Tut mir leid, ich komme nicht an den Weg. Alter, Verfall da. Ich will reparieren und komme nicht an mein Zeug. Errungenschaft freigeschaltet. Dirty Larry. Ui. Du weißt es nicht. Jetzt. Jetzt. Oh Mann. Ich konnte es nicht auswählen. Mein Drehkreuz hat gestrungen. Drehkreuz? Du hast ein Drehkreuz. Wo willst du hin? Du hast schon ein Ticket gezogen. Nee. Ich wollte von meiner Waffe zu meiner Nagelpistole rüber scrollen und es ging nicht. Dein Mausrad. Im Mausrad, ja. Es ging nicht. In dem Fall kannst du einfach die Nummerntaste drücken. Ohne Köpfe sind die Zombies am besten. Ja. Am besten? Schmecken aber auch mit. Oh, guck mal, der spritzt. Mund auf. Oh, der ist geflogen. Buki. Buki spuckt auf unser Geschütz. Das wird unser, unser, unser Schnitzel-Hack. Unser Schnitzel-Hack. Nixer. Bleiben bitte. Liegen. So, Gruppe, Gruppe. Oh. Annehmen. Das ist eben keine Gruppe. Mensch. Jetzt, jetzt macht das alles mehr Sinn. Ja. Sieht gut aus. Oh, die Klingfalle müsste mal repariert werden. Melle, willst du bitte raus? Der Mixer? Ja. Wer macht das? Ja, du. Ich? Nö. Wie repariert man das Teil? Weiß ich auch nicht. Oh, ich kann's reparieren. Von mir aus, echtes? Ja, von mir aus. Neul. Aber du hast doch das. Wahrscheinlich nicht das richtige Material dafür, ne? Das geht nicht. Das dann... Da war halt so ein Weiß noch dran und dann hab ich draufgeklicken und dann ist alles bitte gut. Ja, verdammt. Guck, du mal. Ah, nee, kannst du ja nicht. Nee, ich kann nicht. Ja, aber da dreht sich nicht mehr so komisch, ja. Also irgendwas habe ich im Inventar, was... Was da passt. Ja, ich weiß zwar nicht was. Nägel. Hä? Nö. Ah, Stahl. Das ist Stahl gebraucht. Sag mal, Klingfalle. Ja, hier steht das Eisen, Stahl, irgendwas davon, ja. Ja, dann wird das Stahl. Ja, dann wird das Stahl. Ah. Der Spuck ist. Wo ist der gewesen? Der Lies. Oh, lass doch den Kopf nicht so hängen. Ja, da, da, da. Der lässt er nicht hängen, der verteilt ihn. Ach, der geht ja auf Michi, ne? Äh, auf Scyther. Er ist ein bisschen über mir und dann. Jetzt weiß ich aber auch, wie er mich hier geholt hatte, obwohl er nicht so viel gekippt hatte. Es war einfach nur das Betonwäsche und Dinge. Die sind bei uns jetzt. Muss mich mal kurz reparieren. Jetzt sind wieder diese Hilfsarbeiten. Mhm. Weil ich die Kollegen ausgeschaltet habe, haben die was gegen mich. Ich meine, davor auch schon, aber jetzt. Jetzt erst recht. Noch nicht. Da ist auch noch nichts kaputt. Ist auch noch kein Bomber. Nö. Ist jetzt noch alles sehr gechillt. Ja. Die Seite ist auch alles heile. Jetzt gehen sie gar nicht mehr so auf die Seite, weil die jetzt auch aus Stahl sind oder nicht? Wahrscheinlich. Naja, jetzt sind die Tresorklappen wahrscheinlich das leichteste für sie. Ich guck jetzt wo sie noch mal. Ich find's aber interessant, dass die, äh, Alles heile. so drauf spuchen. Auf die Nitzel, Haxel. Ja. Ich muss auch ganz, ganz wenig noch reparieren, ne? Ja, das ist, Ah, das ist schon ein Gackenbrief, komm mal bei dir für die. Ich meine, wir sind jetzt nur zu dritt und wir haben wenig Probleme. Wenn ich jetzt weiß, dass wir das mit Stahlhörnchen eigentlich in den letzten Nächten auch schon machen können. Ja. Hätte, hätte. Wir haben ja inzwischen einiges gelernt. Mhm. Dafür spielt man das ja. Bei dem einen hat sich grad der, der Kopf und der Tauze irgendwie aufgelöst. Ja. Gib Wunsch. Gib Wunsch, ja. Oh, ich brauch noch ein bisschen. Bis ich da mal wieder Level up bin. Ja, ich bin bei drei Vierteln. Guck, ich esse nebenher noch. Yum, 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 yum. Finde ich geil, dass du nebenher isst, während du so Leichenstücke rumflitzt. Ich darf ja nicht verhungern. Ihr habt das so alles chillig in der Hand hier. Ja, ne? Das ist eine Oma. Kein Gehörer. Kommt man sich immer nur um, dass die Kinder was zu essen haben. Oh, so viele bleiben gar nicht hängen an diesen Gemetzeldingen, ne? Nö. So viele sind es ja auch gar nicht. Gut, wir sind nur zu dritt. Jetzt vielleicht da rein. Heute ist aber auch irgendwie nichts Böses los bisher. Ja, die Sprengzombies, die filmen komplett. Es ist eins, da könnten vielleicht noch welche kommen. Irgendwie ist die Nacht sehr ruhig. Marzell. Hm, Gleitschein. In einem Rucksack, komm. Ist auch nichts los. Also hier ist jetzt echt eine ruhige Nacht. Ja, ich glaube, wir haben das einfach gechillt unter Kontrolle mittlerweile. Pass auf, und gleich sind sie von hinten, ne? Ja, ich gucke. Ich habe immer nur Angst um zu schützen. Ne, die sind gut eingemauert eigentlich. So, dass sie uns irgendwann einfach in den Boden wegreißt. Ja, ja, eben. Weil sie doch da mal angefangen haben, den Boden zu buddeln. Ja, aber das hat er ja zugemacht wieder. Ja, zwar nur oberflächlich, aber... Aber du hast ja selber gesehen, wie sie angefangen haben, den Boden wegzunehmen. Ja. Ja, 68. Wunsch. Gar nichts gelaufen. Ihr habt euer LX hier schon genommen, ne? Ja. Bist du dann deins? Ne, ich habe meins Melle gegeben. Jetzt nötig als ja. Also habe ich es ehrlich auch mal geschafft, eins wieder hochzukommen. Ich glaube, das gilt eh für uns alle irgendwie. Dadurch, dass wir teilen. Blanala, halalala. Diegenbleiben. Ein Schuss. Super melee. Gell, ich werde es besser. Oh, ich habe mir in den Popo geschossen. Ich habe nicht in den Popo, sondern das, was da vorhängt halt. Äh, tauch. Was hängt vorne mit dem Popo? Naja, mit der anderen Seite. Zwischen die Beine habe ich ihn geschossen. So. In sein Gemächt. Ah, da ist einer, da ist er. Oh, der steht wieder auf. Oh, der steht wieder auf. Da steht wieder auf. Der ist so flexibilisiert. Das war glaube ich ein anderer, da waren zwei. Ja, war zwei. Okay, dann mache ich die Kerbe doch wieder hoch. Das war ja. Warum bin ich jetzt ausgesperrt? Oh. Äh. wir sind blöde hier raus zu gehen silvester ich reparier mal erst schnell ich reparier mal mich und dann die geier noch mal sprengzombies zwei stück meine mussten nachladen strengzombie kommt also im moment spiel war die aber echt viel es passiert nichts es ist ruhig naja jetzt noch einer den haben wir ich muss mich heilen holzen ja ich mich auch noch mal einer aber schütte kann ich abbrechen aber das noch mal aber noch einer hinter oder hast du noch ja ich habe ihn auch gerade so ich muss kurz nach lange heilen nachladen alles ich denke auch immer das sind die exklusiven hätte ich sie so ähnlich aus ich muss so viel reparieren wegen den arschgeigen die arschgeigen sind auch das graben da sehe ich ihn sind arschgeier arschgeier äh der hat mich angerotzt bombe bombe und mein gewehr muss gerade repariert ich bin tot oder irgendeiner von uns ist gestorben noch mal ne bombe noch mal er geht hoch er geht hoch oh nein oh nein oh Gott das seit wir hier spielen unser erster toter hier oder wird's in der falle ja nee wozu ich muss mich gleich ich muss mich kurz mal heilen oh Gott oh Gott komm runter komm runter ja du bist ja zum Glück hier ich hab mein Wetter hier ich hab mein Wetter hier ich hab mein Wetter hier alles hier ich mach die die Gitter hier rechts weggespringt worden bei mir ja also ihr findet euch da ich gucke schon an den Seiten die quasi zurückweichen müssen was nicht da ist das sieht echt schlecht aus das ist ihre das ist gleich durch ja also heute war es furchtbar also heute war dann wenn die Sprengzombies kamen gleich zwei auf einmal das war dann schon ein bisschen kies anstrengender ja es war gar nichts ne wo ich gesagt hab ich ich hab nichts zu reparieren und jetzt komm ich mit dem reparieren und gehen wir her das alles gleich so kaputt gemacht haben das war halt auch der Moment ich musste meine Waffe reparieren und dann kommt das Riech da ist schon ne Lücke da fehlt ein Stein wenn da ein Krabbler kommt dann ist er drin ja ok ok da fehlt ein Stein ja ahja weggebumst ja 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 außen fehlt ja ok oben ist noch ein Geier ja ahja puh heißt aber wieder viel reparieren hm ohja guck mal hier ja ja die Sprenger wir überleben das nicht wenn ihr das wirklich im Finale so hoch drehen wollt tja man lebt nur einen äh nimmst du noch die zwei Rucksäcke hier ich kann nichts mehr heben ja ok ok hier ist schon wieder alles repariert schau doch so wie aus Betonmischung hast du nicht dabei ne ähm ne doch aber nur vier Stück das reicht nicht für einen ne nicht wirklich ja ich hatte gerade ne da muss noch mal holen gehen ok äh 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 ein Erdpower war dabei oh ok hier siehts wieder gut aus ok die Gitter habe ich wieder drin wir haben ja alle schon Erdpower ne ja ja außer du hast eine höhere Stufe ne der war Stufe 1 ja den haben wir auch da ist sogar mein Geschützturm geil hinter dir oh Gott der Geschützturm wurde hier mal weggesprengt ok gut dann sind wir aber auch schon wieder vorbei mit der heutigen Folge ja oh wie schade ja nächstes Mal so also bis zum nächsten Mal tschüss tschüss auf Wiedersehen tschüss 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 tschüss